Der Sozialismus ist eine der im 19. Jahrhundert entstandenen drei großen politischen Ideologien neben dem Liberalismus und Konservatismus. Es gibt keine eindeutige Definition des Begriffs. Er umfasst eine breite Palette von politischen Ausrichtungen. Diese reichen über sich als revolutionärer verstehende Bewegungen und Parteien, die den Kapitalismus schnell und gewaltsam überwinden wollen. Bis zur reformatorischen Linien, die Parlamentarismus und Demokratie akzeptieren. Demzufolge wird auch grob zwischen den Ausrichtungen von Kommunismus, Sozialdemokratie oder Anarchismus differenziert. Sozialisten betonen im Allgemeinen die Grundwerte Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität und heben die enge Wechselbeziehung zwischen praktischen sozialen Bewegungen und theoretischer Gesellschaftskritik hervor. Wobei sie das Ziel verfolgen, mit Blick auf eine sozial gerechte Wirtschafts- und Sozialordnung beide zu versöhnen. Historisch bestehen und bestanden in vielen Staaten Systeme, die, teils als Eigenbezeichnung, mit Realsozialismus, aber auch als Staatssozialismus bezeichnet werden und sich grundsätzlich als autoritäre oder totalitäre Systeme einordnen lassen, zu nennen sind A. Die Sowjetunion, China, Nordkorea, die DDR oder Kuba Begriff, als Socialistee oder Socialistee wurden im 18. Jahrhundert von römisch-katholischen Theologen, die der Aufklärung kritisch bis ablehnend gegenüberstanden, polemisch die Vertreter des modernen Naturrechts in der Art von Hugo Grotius und Samuel von Pufendorf benannt. 1762 verfasste Jean-Jacques Rousseau sein Werk Du Contrat Social, in dem der Staat auf dem Kontrakt freier Individuen beruht. Seit 1793 wird in Deutschland für Anhänger des Pufendorffschen Solidaritätsprinzips der rechtsphilosophische Terminus Sozialisten verwendet. Erstmals findet sich das Wort Sozialismus 1803 in der italienischen Form Socialismo. Giacomo Giuliani verwendet diesen Begriff in seiner Kritik an Rousseau positiv auf die Gesellschaftsordnung. Allerdings indem er es für den göttlichen Willen hielt, dass die Gesellschaft durch Hierarchien zwischen den Menschen gekennzeichnet sei. Eine solche religiöse Umdeutung wurde jedoch stark kritisiert. Weil der Begriff mit dem Liberalismus der Aufklärung in ursächlichem Zusammenhang gesehen wurde. Die ersten Nachweise der Verwendung des Wortes Socialist im Englischen fand man im Jahre 1824, das eigentliche französische Socialisme erstmals 1832, geprägt von Josieres, weiter verbreitet von Leroux und Reibaut. Eine Übertragung des ursprünglichen Begriffs Adjektivsozial in die heutige deutsche Gesellschaftssprache ist in der Nähe von gemeinsam, gerecht oder etwa gesellschaftlich zumutbar, der Gemeinschaft zuträglich zu suchen. Das Adjektivsozialistisch dagegen wird von Anfang an politisch verstanden. Es ist gesellschaftlich gesehen eine Weiterentwicklung der sozialen Gedanken der Aufklärung insofern, als diese Gleichheit nicht nur dem Recht, sondern auch dem Besitz zugestanden werden soll. Was unter Sozialismus zu verstehen sei, ist seit langem umstritten. Schon in den 1920er Jahren sammelte der Soziologe Werner Sombat 260 Definitionen von Sozialismus. Eine allgemein anerkannte, wissenschaftlich gültige Definition existiert nicht. Vielmehr zeichnet sich der Wortgebrauch durch eine große Bedeutungsfülle und begriffliche Unschärfe aus und unterliegt einem ständigen Bedeutungswandel. Deswegen werden dem Begriff zur näheren Präzisierung häufig Adjektive vorangesetzt. Weitere Beispiele für solche Spezifizierungen sind etwa Agrarsozialismus, Staatssozialismus oder Reformsozialismus. Einen kleinsten gemeinsamen Nenner des Begriffs können folgende Definitionen geben. Die Bedeutungsvielfalt wird zusätzlich dadurch gesteigert, da der Begriff Sozialismus sowohl Methoden und Zielvorstellungen, gesellschaftlich-politische Bewegungen als auch historisch-gesellschaftliche Phasen und existierende Gesellschaftssysteme bezeichnen kann. Eine auf die Deutung Analyse, Kritik, Idealvorstellung oder praktische Gestaltung bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse gerichtete sozial-ökonomisch-politisch-philosophisch-pädagogisch bzw. ethische Lehre. Eine politische Bewegung, welche versucht, die durch den Sozialismus begründeten Forderungen und Ziele praktisch zu verwirklichen. Der Gesellschaftszustand bzw. die Gesellschaftsordnung, welche in wirtschaftlichen Produktionsweisen und Lebensformen den Sozialismus verkörpert. Im Rahmen des Marxismus-Leninismus eine weltgeschichtliche Entwicklungsphase im Übergang von der kapitalistischen zur kommunistischen Gesellschaftsformation, den Begriff Realsozialismus, mit dem sich jene Staaten bezeichneten, die seit 1917 von einer kommunistischen Partei, in der Regel in einem Einparteiensystem, regiert wurden. Nach dem Politikwissenschaftler Günther Rieger lassen sich sozialistische Ideologien zum einen nach ihrer Haltung zum Staat unterscheiden, zum anderen nach dem Weg, auf dem die angestrebte Umgestaltung der Gesellschaft erreicht werden soll, sowie drittens danach, welcher Stellenwert unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Interessen der Beteiligten eingeräumt wird. Untertitelung des ZDF, 2020